Rücken, Tobias Dorsch, Jack McCain, Andrew O'Connor, und dahinter ist ganz alles, da kommt er gut raus, der Andrew O'Connor, guckt euch das an, da ist er schon neben Jack McCain, bremst ein bisschen schwer, es gibt eine sanfte Berührung, aber das ist Racing. International Grand Prix, echtes Racing ohne DRS, am 28.06. geht's weiter in Österreich.